109 zu einem kleinen ticketing video und ich kann gefühlt das wiederholen oder das video normal abspielen was letzte saison schon hatte damals zum tätspiel gegen barcelona weil auch jetzt beim thema der preise und dem tätspiel vor der saison gegen valenza jetzt die preise dort habe ich das abend schon ein tweet abgesetzt noch ein instagram soll abgesetzt können gerne abchecken die die kanäle in der beschreibung klar geschichte weil es da schon in der mail hieß dass stehplätze für 17 50 gibt sitzplätze gibt es schon ab 25 euro ist die formulierung und kinder bis einschließlich 13 jahre zahlen in allen bereichen nur 15 euro und das ist keine beschränkung der ticket anzeige dass man kann so viel bestellen wie man lustig ist und es ist halt wie auch damals gegen barca schon es sind halt bundesliga preise und jetzt auch überhaupt gar kein disrespect gegen valencia letztes so war es halt noch barca letztes so war es dann auch noch beschränkt was zuschauer angeht da war es das erste spiel seit ewigkeit wo wieder zuschauer rein durften dann letzte saison dieses testspiel werden damals auch atletico da war aber glaube ich bei 15 euro oder sowas für billigste sitzplätze da war es noch mal billiger ich glaube so war stein auch praktisch ausverkauft und jetzt zahlst du gegen valencia was in die geworden glaube neunter oder sowas wie gesagt das ist kein barcelona zahlst du auch wieder bundesliga preise seit heute morgen um 10 uhr also jetzt heute am 28 6 10 uhr kann man als dauerkarten besitzer fanclub fanclub mitglied oder einfach nur vfb mitglied in den verkauf reingehen ab dem donnerstag dieser woche der 30 juni um 10 uhr gibt es dann einen freien verkauf für eben das test spiel am 23 juli ist ein samstag um 15 uhr 30 preis habe ich eben schon genannt wie gesagt 17 50 für stehblock und dann auch das untersteht aber auch der oberrang kann schon der kurve weil meistens noch eine andere preiskategorie das ist diesmal nicht der fall das ist alles so grüne bereich also der billigste sitzplatz bereich kostet alles 25 euro wenigstens das und dann eben halt kärcher ist natürlich noch andere preise da müssen wir mal 35 euro vollzahler mal bei 45 euro vollzahler das ist einfach noch mal auch eine teurere ja kategorie einfach und was auffällt was oben dran steht geöffnete tribünen bereiche kann schon der kurve gegentribüne unterrang und dann bei entsprechender auslastung werden weitere bereiche geöffnet stand jetzt gibt es keinen oberrang von der gegentribüne also von der kärchertribüne so gesehen und die gesamte unter türkheimer kurve ist geschwärzt und die gesamte hauptribüne ist geschwärzt kann gut hauptribüne ist sowieso viel weg wegen dem umbauarbeiten aber auch da gibt es blöcke eigentlich freizugeben sind und eben auch die komplette unter türkheimer kurve ist noch nicht freigegeben da warten sie so wie es ja klingt bei entsprechender auslastung warten sie darauf dass die karten sich gut verkauft haben bisher und öffnen dann erst also ich habe so das leichte gefühl war auch bisher gut es vier stunden im verkauf im vorverkauf also alles cool noch aber auch bisher verkauft sich das jetzt nicht ultra krass oder so ich selber habe auch noch kein ticket gekauft weil ich auch erstmal noch abwerten will bin ich ganz ehrlich um zu gucken wie gut läuft denn das wie viel kommen denn da weil bei einem tatspiel gegen valencia wo dann du sagst 25.000 leute kommen weiß ich nicht ob ich mir das groß geben muss so weil ultras und so weiter kommen da ja auch nicht oder in sehr sehr kleiner menge wenn dann aber auch stehbereiche und sowas sind ja auch für alle freigeben und so finde ich echt komisch ich finde es generell scheiße ich war schon damals beim auswärtsspiel berlin zum beispiel scheiße oder bei einem anderen spielen wo du halt erst auf nachfrage quasi andere bereiche öffnest weil auch ein mainz so da gab es irgendwie auch nur den bereich geöffnet und später war auf einmal ein bereich geöffnet der eigentlich cooler gewesen wäre wo man eigentlich lieber hätte rein wollen aber man dachte nur das wäre frei und so ich finde es ein bisschen schade wenn man kann diese diese nummer diese nummer macht von wegen wir geben erst frei wenn nachfrage da ist finde ich generell nicht so geil was dann aber natürlich halt noch weniger sinn macht ist dann der einzige coole preis für dieses spiel ist das kinder angebot dass kinder bis 13 jahre überall nur 15 euro zahlen wenn man das wenn ich das richtig verstanden habe das ja das cool ist an den preisen rest wie gesagt finde ich zu teuer für ein tatspiel auch gegen valencia gerade finde ich das zu teuer diese bundesliga preise der anzusetzen aber so ist es halt aber wie gesagt kinder bis 13 zahlen überall nur 15 euro finde ich cool gleichermaßen macht es dann da für mich wieder absolut keinen sinn die komplette unter türkheimer kurve drauf zu warten dass erstmal die teureren plätze gerade auch in der gegentribüne sich gut verkaufen bis ich die unter türkheimer kurve freigebe weil gerade da sitzen ja die kinder drin unter türkheimer kurve ist familienblöcke und so weiter gerade da sitzen die kinder drin wo die coolen angebote sind also ich habe da leider so ein bisschen das gefühl dass das spiel nicht unbedingt krass verkauft sein könnte auch mal gucken ob sich ob der verkauf mich noch eines besseren belehrt noch kurz ein paar andere ticketing infos hier eben weil es ja passt thematisch zum thema ticketing vfb hat heute auch noch bekannt gegeben dass wir rund 27.500 dauerkarten verkauft haben schon bis einschließlich diesen sonntag also den 3 juli können vfb-mitglieder weiterhin noch einen stammplatz holen und einen freien dauerkarten verkauf gibt es nicht das ist ja schon länger fest stelle schon länger fest auch auf alle die noch auf ihre dauerkarte warten sowie auch mich quasi kann ich ein bisschen beruhigen die sind einfach überfordert so die produktion hat begonnen kann eine datenwelle dauern bis sie alle fertig sind sobald eine hybride dauerkarte erstellt ist wird die mobile version in den account gespielt das vfb service team vor kurzem noch getweetet bei mir warte ich auch noch drauf bis da irgendwie mehr kommt als die eigens bestätigung ich glaube der betrag ist mittlerweile abgebucht bei mir also es tut sich hoffentlich was aber ich habe auch noch weder bestellbestätigung noch eine hybride dauerkarte noch die hybride dauerkarte bei mir irgendwo liegen das zieht sie noch ein bisschen was diese woche noch kommen könnte ist die zeit oder was noch kommen wird ist die zeitgenaue ansetzung für die ersten sieben bundesligaspieltage also auch da augen auf habe ich sehr bock drauf wo wir an welchen tagen wir genau spielen zu welchen uhrzeiten meinung zum bundesligaspielplan ist von mir auch schon raus kann ich gerne reinziehen das video für das spiel gegen leipzig was entweder am 6 oder 7 august sein wird samstag oder sonntag starten die fanclubs am montag 4 juli um 10 uhr die mitglieder am dienstag 5 juli und der freie verkauf ab donnerstag den 7 juli und für das spiel gegen freiburg zwei wochen später startet am montag um 18 uhr die fanclubs am mittwoch 20 juli die mitglieder und am donnerstag dann tag später schon der freie verkauf gehen wir zu den auswärts tickets weiter erste pokalrunde gegen dresden mitgliederverkauf beginnt am 12 juli um 10 uhr freie verkauf am 14 juli um 10 uhr der vfb schreibt tatsächlich noch 29 juli bis 1 august ist ja auch schon terminiert auf den freitag abend eben auf diesen 29 juli werder bremen ist auch schon drin wann da die auswärts tickets kommen für den zweiten spieltag weil es ist ja entweder vom 12 bis zum 14 august werden wieder spielen mitgliederverkauf ab dienstag 26 juli freier verkauf ab donnerstag 28 juli so und noch ganz zum abschluss ich bin tatsächlich auf instagram einfach in so einem kleinen wie soll man sagen vfb seiten wettbewerb wie auch immer organisiert von vfb community sind ein paar umfragen drin und ich habe direkt oder abstimmungen drin und ich habe direkt in der ersten runde natürlich den größten fisch aus dem wettbewerb quasi erwischt mit der vfb-schwert meme page da kenne ich die die mädels ja auch da gerne abstimmen für mich und eben auch sollte ich weiterkommen gerade das ist dermaßen ich glaube irgendwie 53 prozent zu 47 prozent sehr sehr eng da gerne abstimmen eben auch die tage sollte ich weiterkommen auf das auf der seite gucken und weiter abstimmen in dem wettbewerb bedanke mich fürs zuschauen und bis zum nächsten mal